hallo zusammen ich habe hier eine neue kühlbox bei uns im sortiment und zwar ist das die b 31 p im neuen katalog den verlinke ich euch unten drin findet ihr die daten auf der seite 7 und die kühlbox abmessungen von 33 cm mal eine länge von 59 und eine höhe von 42 cm wir haben innen drin platz für 1,5 liter flaschen da muss ich euch aber sagen es gibt flaschen die ein stück höher sind und die kann man dann nur legen ihr seht hier die flaschen ich kann die so rein stellen auch nebeneinander und hier habe ich den absatz da sitzt der kompressor drauf und hier sitzt eine innenbeleuchtung gesichert dass der deckel nicht aufklappen kann ist sie mit einer kette und der verschluss der regel hierzu muss ich vielleicht ein bisschen rücken hier aufmachen deckel auf und zuklappen zur technik es ist ein sektor kompressor drin ich habe hier ein aufgeschnittenes modell bd 35 f mit r 234 a das wird jetzt aber ändern auf ein natürliches brennbares kältemittel und anschluss ist 12 volt wir haben ja letztes jahr omnibus verordnung bekommen dass diese geräte wenn sie in 230 volt anschluss haben nicht mehr als mobile kühlgeräte gehen sondern als 200 also mit 230 volt für zu hause geht das das haushalts kühlgerät und da muss man die werte so dermaßen zusammen bescheißen dass wir es eigentlich nicht mehr sauber doch kriegen man kann ja jetzt zum beispiel diese kühlbox auch mit einem solchen netzgerät betreiben es kommt das gleiche raus wie man es einbaut nur ich darf euch so ein netzgerät nicht zu dieser box verkaufen dann kommt es wieder aufs gleiche raus ist eu gesetz will ich mich jetzt heute nicht äußern dieses netzgerät passt hier per zufall und dieses netzgerät ist an sich ich stecke das hier drüben auf 230 volt ein ist für meinen led scheinwerfer led heißt löst ein desaster und per zufall passt das hier an um per zufall kriegt ihr bis ende monat also mai 2022 so ein led netzgerät dazu geschenkt vom stromverbrauch her im katalog drin steht dass die box bei 5 grad innen 25 grad außen 7,6 watt braucht ich habe einen test gemacht könnt ihr euch anschauen mit der batterie zusammen ist nicht ganz der wert der am log drin steht weil das sind verschiedene messungen und dann habe ich im gleichen wert auch noch bei 5 grad innen 32 grad außen da braucht die kühlbox 10,3 watt also mit einer 100 ampere stunden batterie läuft die box dann circa fünf tage bei 32 grad außen also tag und nacht immer im normalen lieferumfang gehört zu dieser box hier ein kabel mit einem zigarettenanzünder diese zigarettenanzünder passt den zigarettenanzünder wackelt hat ein bisschen luft und hier empfehle ich natürlich auch diesen zigarettenanzünder einfach wegzuschneiden weil der ist scheiße die leitung zu trennen ihr könnt auch den zigarettenanzünder aufschneiden die eine seite ist gerippt und die andere seite ist minus das auf plus und minus der batterie hängen wenn ihr es verkehrt anhängt läuft die kühlbox nicht und ihr könnt drehen und dann funktioniert das wieder also dieses kabel ist mit zigarettenanzünder im lieferumfang enthalten wenn wir die box einstecken also spannung drauf geben leuchtet hier kurz ein display und nachher geht nichts mehr aber hier leuchtet eine kleine lampe und wenn das der fall ist muss ich hier über langes drücken einschalten kommt innen drin die ist temperatur das heißt die temperatur die momentan ist in der kühlbox also plus 19 grad direkt eingeschaltet über diese set taste kann ich hier die kommt die temperatur die blinkt da kann ich die rauf und runter stellen und daher geht sie wieder zurück also drücken und hier zum beispiel rauf stellen auf plus zehn grad oder runter stellen auf minus 18 grad normale kühlschrank tiefkühltemperatur diese box geht als tiefkühler aber wenn ihr wirklich tief kühlen wollt permanent empfehle ich euch eine tiefkühlbox die auch viel wesentlich mehr leistung hat wenn ich zweimal diese anzeige drückt blinkt das grad celsius hier kann ich umstellen auf fahrenheit oder wieder auf celsius und wenn ich dreimal drückt steht high umstellen low oder medium das ist der unter spannung schutz somit kann ich den unter spannung schutz einstellen bei high schaltet er aus bei 11 volt und kommt erst bei 12,5 volt wieder also wenn ihr das im auto betreibt und sicher sein wollt dass sie ganz sicher abfahren könnt stellt ihr auf high wenn eine zwei batterie habt könnt ihr auf mittel oder low einstellen wir haben hier unten eine störungslampe da steht in der betriebsanleitung kann ich jetzt euch erzählen einmal blinken heißt zu wenig spannung zweimal blinken heißt ventilator probleme hier unten drin dreimal blinken heißt motorstart probleme kann aber auch sein wackelkontakt wenn zu wenig spannung kommt und dann gibt es noch andere störungen die relativ selten sind weiter habe ich hier unten usb anschluss hier kann ich ein handy laden oder sonst irgendwas muss heute sein und hier habe ich ein normaler betrieb und hier drüben habe ich dann Notbetrieb das heißt unterspannung schutz problem da ist alles überbrückt und die kühlbox läuft dann durch und es gefriert alles in der box ja die box ist am lager die box ist lieferbar ihr könnt die bestellen ich verlinke euch unten den deutschen und den schweizer shop hier drüben kommt die versprochene energie messung wo ich das getestet habe an einer batterie box wie lange läuft das mit netzgerät und ohne netzgerät schaut euch das video an und hier unten verlinke ich euch die kleinere kühlbox die b20p mit 20 liter nutzvolumen ich wünsche euch einen schönen tag